So Leute, Herr Perry und ich fangen gerade einkaufen. Drei, zwei, eins. Fick mal, heißt der. Oh mein Gott, nein. Arthur, stopp. Arthur, stopp. Arthur, schau weiter. Bring mir raus. Halt an. Soll ich durchmachen? Nein. Ich mach durch. Nein. Alter, ah. Ah, ich mach immer einen Schock. Richtig lang. Ein Wiederkopf, Respektperson. Trenn dir eine Fickflasche weggesoffen mit. Vier Mann. Was willst du machen? Vollk Respektperson, Knipsch. Freitag. Freitag heißt Freufick. Wuh, wuh. Das sag ich auch. Überholmanöver hier. Sieben muss an den Jacken passen. Der Sega, blende mich nicht. Schönes Jacken, ne? In grün, mit weiß, schwarz, weiß. Ja. Was ist das für eine Jacke? Ja. Warte mal, was heißt denn? Ja, bei Klassisch. Klassisch. Klassisch angelegt. Das ist halt Klasse. Junge, Arthur, verpiss dich. Okay, tschüss. Ich mach jetzt die Tür auf. Der Sega, würdest du endlich mal was Sinnvolles in deinem Leben machen. Damn. Boah. Wenn ich die erste Tür gelegt, dass du sinnvolles, Digga. Sinnvolles, nicht zu Spilo zu gehen. Digga, ey, lass mich doch mal in Ruhe fahren jetzt. Fährst du? Ja. Also, du fährst. Ja, so ein Lütner. Sieht man gar nicht. Ja, Krözes steigert ja, ich fahr gleich weiter. Das ist gut. Kannst du zeigen, dass du immer fährst. Wir gehen zu Fuß weiter, ja. Viel Spaß beim Weiterfahren, Krözes. Krözes. Krösinus. Wie viele Schafe sind davon gestorben? Davon? Davon? Davon. Ja, die haben nämlich die Leber von den Schafen genommen, nicht das Feld. Ja. Der kommt dazu genommen. Ihr seid schuld auf jeden Fall. Ja, ich stande. Schafe. Ist gut. So, wie war jetzt hier kurz beim Schmeckes? Ja, ich habe da bei Chili Cheese geholt. Viel Zimitra sind schon dran. Ey, Achtung. Mensch. Respektpersonen fahren jetzt nach Hause aus dem Club. Ja, wir jetten jetzt. Ich habe einen Power-Wake gesch... Respektpersonen. Auf dem Pachplatz. Jetzt muss ich ihn hier stehen lassen bis morgen, ne? Glaubst du, dass ich überlebt? Klar, klar. Ich denke, was liegt denn da auf der Haube? Vegane Mettenwästchen. Vegan? Nein. Ich denke, ich wollte schon sagen. Jetzt wäre er jetzt hier... Oh? Was hast du das? Lecky. Schwein. Schwein? Mhm. Schwein? Mach das nicht, wenn du glaubst, kriegst du das Hate. Nein. Boah, blend mir mal nicht so mit. Seit fünf Jahren sauf ich das erste... Ne, seit vier Wochen sauf ich zum ersten Mal wieder, ne? Digga, man merkt es direkt, dass es knallt, ne? Wenn du vier Wochen Fahrer bist, rip an dein Leben, Alter. Blenden mich mal nicht so. Wir haben Tim in Sicherheit, er ist endlich hier in der Kogge angekommen. Heute wirklich mal Fahrer. Tim, Junge, er ist Fahrer. Du riechst so nach Kotze, Alter. Ich bin ja Jägermeister. Ich bin so besoffen. Ich sag das gar nicht. Wenn du feiern willst, dann willst du feiern, ne? Deine Brille? Suchst du deine Brille? Ich hab die ja wieder. Kann ich die kurz haben? Fuck off! 12 Euro! Großes Auto abgeholt. Schauen wir mal, was hier ist. Wer hat den Weihnachten? Ja. Du musst du bezahlen. 10 Euro. 10 Euro, ne? Stehen wir es? Warum geht das Licht an, wenn da die Tür aufgeht und überall anders? Aber wenn ich hier das mache, geht das hier nicht an. Scheiß Polo. Oh Mann, Alter. Ich hab Kopfschmerzen, Alter. Ja. Ich hab Kopfschmerzen, Digga. Ich hab, glaube ich, zu viel Kanja geraucht. Ja. Ich hab Kopfschmerzen für mich jetzt schon, Digga. Ich bin ein Star. Ich bin ein Star. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Kopfschmerzen, Puh. Digga, warum willst du das? Was willst du das? Ah, ah, ah. Einmal Cheese. Boah, ich hab Jesus gerade gesehen, Digga. Das ist ein Licht. Auch wenn ich heil, komm ich heil, denn ich mag nicht allein, denn auch wenn ich heil. 120 vorbei, ich geb Gas, Digga. Bei 4000 Umdrehungen bei 150 kmh. Rote Öldrucklampe. Dann musste ich natürlich auf den Standstreifen fahren, Digga. Hab mit der Werkstatt telefoniert. Die meinten, ich soll langsam zurückkommen. Dann war ich um 14 Uhr in der Werkstatt wieder. Die haben den ganzen Tag das Auto auseinandergenommen und haben mir dann erzählt, dass die Steuerkette gerissen ist. Und dass der Motor jetzt einen Totalschaden hat. Das hat ihn comfy. Also. Also, an?